so aber warum ist das alles wieder aus ausgelockt oder so der weltige wir sind immer noch dabei wir haben hier noch jede menge aufträge und wir haben auch noch was haben wir denn wir haben noch 23 in der sippe war keiner online ich das richtig gesehen habe ne bin nur ich online gerade okay so dann machen wir uns mal auf koriander komm her und ich bote mich bis gleich so ich habe gesagt ich wollte weil reiten bis in die einsamen lande ist ein bisschen viel wobei ich ja noch eine quest irgendwo mal hatte ich gucke mal eben kurz unterkunft trägt den auftrag zu klar weiß noch den dreh ja das können wir mal irgendwann machen das fällt ja nicht weg der schmiede virtuose und der überragende schmied das brauche ich eigentlich beides die eine eigentlich bräuchte ich das mal egal manchmal bei gelegenheit ich guck mal könnte ich da nicht mittlerweile von alleine rein so ohne scheiß so ohne irgendwelche hilfe ich weiß es nicht große hügelgräber damit man die auch mal gesehen hat das hier sind ja das sind gruppen beziehungsweise instanz quests ist natürlich super toll für mich und dann haben wir buch 3 und dann haben wir den weg nach eribor schließlich skalierbare instanz bla 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 da müssen wir noch ein bisschen was machen wo sind die skalierbaren instanzen keine ahnung breland haben wir noch ein bisschen was das ist hügelgräber höhen die riesenprobleme die können wir mal machen den mache ich jetzt mal und aufträge sind auch da dann muss ich irgendwie in nach brä richtung brä kommen dann lasst mich doch mal gucken wie komme ich denn von hier aus am schnellsten nach brä ich kann noch ich bin hier bingfelder man kann hier markt schnell hinlegen das ist total sinnvoll wenn man import nach hause hat also zu seiner hütte dann ist er natürlich da total sinnvoll aber gut wenn man keine reiseration mehr hat wäre das natürlich vorteilhaft also was sagt denn buch drei eins und zwei habe ich ja fertig buch 3 ist hält sich in den nordhöhen nördlich von meluin auf nordhöhen ok ich weiß er hast die nordhöhen ich habe es aber oft genug gesagt und ich habe auch genug punkte ich hätte genug punkte um mir die nordhöhen zu kaufen weil die kosten glaube ich irgendwie 500 und wenn mich das buch dahin schickt ich kann ja schlecht jetzt also ich kann ja nicht hergehen ich habe zwar die quest aber ich kann ja nicht hingehen und buch 4 machen das für level 37 da muss ich nämlich wohin was das das ist in bruchtal buch 4 ist nämlich dann in den auf innen troll höhen ja aber ich muss natürlich erst mal buch 3 machen weil sonst passt das ja von der storyline nicht mehr das ist ja unsinnig ich schaffe es nicht wölfe zu one hitten mit meinem bogen das ist ja erbärmlich ich hatte gedacht es würde gehen ich habe immer noch so ein paar gut dass ich nicht sehe so ich habe immer noch hier so ein paar ernte fliegen eine ernte fliegen und schnecken und das mit den verdorbenen mit den verdorbenen kuchen da gibt es fünf punkte fünf punkte und geduld drei und nummer fünf punkte scharmen mütze ja 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 okay das ist sonst auch alles ausgerüstet ach du kleine ohr komm weg kann ich noch irgendwas neues wie ist das werte befinden ich könnte rasse noch ein paar sachen reintun habe aber nichts und für die klasse habe ich nur ja dreimal gelb und einmal einmal blue das bringt mir also nichts hier hätte ich drei dass der schattenkämpfer das ist der tank da habe ich aber bisher nur eins und ich habe hier die grüne klinge und zwei davon gehen noch per quest nämlich mit verwendet überwältigen das müsste übermannen keine ahnung welches sein und die anderen die kriegt man irgendwie so ich weiß gar nicht wie man die kriegt wird sich schon noch finden darum gibt es immer noch die quest von den grenzern die ich wo ich die ich irgendwie einlösen könnte für tolle super belohnungen wobei ich dann aber warum geht das hier mal aus ist doch eigentlich an das hier ist auch eigentlich dran sein was ist denn jetzt los eigentlich 80 guten tag so tor ins tor westbree schnellreise jawohl ist ja super knöller immer diese vip reisen also vip ist schon eine feine sache zumal ich das ja auch direkt für drei monate schon abonniert habe sprich bis ende des jahres sind wir auf sicheren seite heißt da kann eigentlich nichts passieren warum setze ich nicht jetzt schon ab so dann lasst mich doch mal schauen dass mit dem riesen war natürlich genau in einer anderen richtung da können was kann ich für euch tun arturs lager noch ein bisschen rum erzählen wie weit ist das weg zwei kilometer ist ja nix in dem spiel ist das ja nix ein witz das ist dieser kleine ohr eigentlich wert 70 kupfer 70 ganze kupfer was kriegen wir eigentlich für eine belohnung wenn wir dem sie eine ganz gute heizkette eigentlich ist gar nicht mal so übel baby und dann machen wir das und dann ja eigentlich haben wir noch die gemerkt bergmenschen hafermehl probleme ah genau das war nämlich hier hinten in dachsbauten was nördlich von dachsbauten der grenze von gärtner lebt in hafergut an der grenze des auenlandes was ich dachte das wäre hier unten aber der wund wo wohnt er denn nördlich von dachsbauten ach da oben ist das schon eine event in quest ach tatsächlich das ist eine event in quest das hier wird auch geiles gebiet freue ich mich schon ein bisschen drauf ehrlich gesagt muss ich gerade gestehen so ich habe schon vergessen wie meine pferde heißen otto ja otto ist der gute silberader wir machen jetzt den riesen und wenn wir den riesen haben wir quasi da weiter und geben mal dieses hafermehl problem ja könnten das ist die event im quest line aber eigentlich will ich nur den riesen machen und dann schnell wieder zurück und richtung nord höhen und die buch quest weitermachen so zumindest mein plan die frage ist natürlich nur wie viel die aufträge die gehören alle in das andere gebiet dass sie ist eine gruppen quest dass die event im quest und das hier ist das ist auch eine gruppen quest ich schaffe ich überhaupt nicht das ist das blöde die sind zwar die letzten quests in den einsamen landen aber habe ich ja letztes mal versucht die sind für mich gerade im moment überhaupt gar nicht schaffbar ach ich bin völlig falsch geritten dich idiot was mache ich denn hier ich muss doch hier hoch ich sollte auch nicht so viel labern und gucken wo ich hinreite mann 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 ist das denn ein panda bär denn nun brandy bei irgendetwas bär bin ich hier jetzt auf dem richtigen weg einfach hier immer geradeaus jetzt komme ich direkt zum wohnort ist eigentlich also instanzen finder den gab es ja noch eigentlich könnte ich ja mein die hügel gräber einfach nur mal rein und gucken habe ich die elite dinge abblatt krieche ich bin ja da sehr interessiert dran das fände ich ja sehr interessant ob ich das hinbekomme alleine stelle ich einfach auf die fans schnapp mir meine krassen krasse schild und den kranz den ganzen kram wo muss ich hin darüber ist ganz schön hoch hier das ist ganz schön hoch hier na komm hier ist nicht mehr so hoch knack war der arme otto voll die rufen aufgeplatzt offener weinkopf ich kann gar nicht mehr schwimmen ich kann immer noch nicht wirklich mehr flasher auch beinbruch gute ist das geräusch das reitgeräusche ist immer noch das gleiche auch wenn ich nur die hälfte der geschwindigkeit habe oder das tatsächlich schneller geworden faszinierend schon ganz gut so da ist der alte sack immer mal in defense oder versuchen wir es direkt so ach komm wir machen direkt der kommt direkt der trifft eh immer ja das sieht doch schon besser aus durch den bären ach guck mal den nehmen wir auseinander den jungen so lücke finden lücke finden wir gerade dazwischen schlagen und den auch nochmal wie erst mal mit parieren und klang 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 und den auch nochmal jawoll da man check hier fangst hütte irgendwas zum entbrennen des eichhörnchen 1 renn nicht rein wenn ich rein dank Bleib hier, Eichhörnchen. Nicht da ins Feuer. Nicht ans Feuer. Du brennst. Oh mein Gott. Mein Selbstmord, Eichhörnchen. Okay, das bewegt sich nicht. Naja. So. Dann holen wir mal das Gänseblümchen. Oh, das ist wieder so weit. Ich hasse es. Das ist immer so weit hier alles. Boah, Breland ist einfach sowas von schrecklich. Ich habe den mächtigen Saalfang besiegt. Das ist schön. Die Quest könnte ich jetzt abgeben, aber das mache ich mal bei Gelegenheit. Mit dem ganzen Kram kann ich eh nichts anfangen. Jetzt mache ich mich erst einmal auf in Richtung Nordhöhen, denn ich muss mal da hin und dann gucken. Muss ich gucken, habe ich mir gerade überlegt. Ich gehe mal gucken. Also ich mache nichts Sinnvolles, sondern ich gehe einfach nur mal gucken. Oh, hier geht es hoch. Komme ich da hin? Komme ich da hoch? Komme ich da ran? Komme ich da lang? Ziehe eine Abkürzung. Zu den Nordhöhen komme ich nach woanders hin. Ich habe keinen Blastenschimmer. Ich will natürlich jetzt auch nach Eventim reiten können, aber... Achso, hier ist nur dieser... Hat ja viel gebracht. Jede Menge nix. Jede Menge nichts hat mir das gebracht. Der Starmerer See. Den hatte ich auch noch nicht, oder? Habe ich den schon mal aufgedeckt gehabt? Den Starmerer See. Und der... Oha. Wie bin ich denn jetzt hier oben gelandet? Das ist nicht so geil. Den wollte ich gar nicht hin. Ah, hier geht es runter. Gott sei Dank. Ich wollte mir jetzt eigentlich nicht alle Haxen brechen. Ja, und ich muss eigentlich irgendwie da rüber. Ah, da hinten geht es rüber. Level 17. Die greifen mich schon gar nicht mehr an. Warum auch? Ich bin viel zu hoch. Vom Level her. Das ist ganz gut. Dann kann man hier in Ruhe durchreiten. Der Starmerer See. Und... Ach komm, wir nehmen mal das Pferd. Ich habe keine Ahnung, welches das ist. Das ist Sommerweide aktuell noch. Ach, guckt mal. Das Ding. Das ist jetzt Green Arrow. So. War's? Der ist ungültig. Ich darf mein Pferd nicht Green Arrow nennen. Ja. Dann kann mich das Spiel auch mal... Ne, also dann... Der hätte voll gepasst. Total.